Der Winter ist voll, ne, das ist okay. Und vor allem brauche ich hier drei von diesen Glasdingern, ne. Mobile Fahrzeugstation, die habe ich aber auch schon, oder? Ja, der hat hier auch schon. Also hier ist nix. Der sucht man sich auch echt tot, also. Ich denke schon, dass man die irgendwie, dass man die irgendwie erlegen muss oder so. Um die Zähne da rauszukriegen, aber mit meinem kleinen Popelmesser komme ich da nicht sehr weit. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, mein Messer macht da nicht so den heftigen Schaden. Also die waren bisher sehr unbeeindruckt von meinem Messer. Dann weiß ich auch nicht, wie komme ich an das Zeug dran, ey. Wie habe ich das früher gemacht? Ich hatte den früher immer gehabt, aber ich weiß halt nicht mehr, wie ich an das Zeug gekommen bin. So, das können wir nochmal reinschmeißen, das nehmen wir gerade mal raus. Kann ich nochmal einen machen. So, dann habe ich die auch. So, die Barren nochmal. Ah, dann schmeiße ich die jetzt gerade mal da rein, ist gerade egal. Schmierstoff? Hatte ich noch Schmierstoff? Ne, hatte ich auch nicht, aber das ist nicht das Problem, das kriege ich schnell hergestellt. Ja, dann fehlt mir halt das Glas, ne? Also ich brauche sowieso schon mal ein bisschen Quarz. Das kann ich auch mal sammeln. Quarz ist ja auch so eine Sache, die mir eigentlich durchgehen fehlt hier. So. So. Einfach mal ein bisschen Quarz sammeln. Das habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. So. 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 jetzt können wir hier nochmal gucken. So. Soll die vielleicht nicht so nahe waren. Jetzt bin ich ein bisschen sehr warm. naja wer hätte es gedacht hier liegt halt auch nix diese beschissene das gibt es doch nicht dass sie so selten sind da ist er einfach verpufft be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation followed by eventual asphyxiation man kann ja nicht einfach ein zahn verlieren trocken die die vielleicht einfach irgendwann mal ne der bringt den schrott hier nur hin die horten den schrott einfach nur aber zähne verlieren sie dabei keine oh man ey ja dann muss ich gleich nochmal versuchen mit dem Messer anders kann ich es mir echt nicht erklären ja ich weiß ich weiß ich weiß ist alles so schlimm hier da muss ich mir aber grad nochmal medikit ein weiteres hier gut dann nochmal runter dann bring ich schnell das zeug nach hause so und dann versuche ich den nochmal ein bisschen zu messern hier ne ja da ist schon ziemlich voll ach ja ach ja ach ja schmissen wir es hier rein so erstmal das dann machen wir den hier dann wollen wir mal dann hauen wir mal ein paar zähne raus hier so wo ist der erste freiwillige dann wo ist der erste freiwillige die machen das da Komm. Das ist ein Sack. Muss hin. Das hat aber keinen verloren. Was wenn die nicht immer gleich abhauen würden, die Feiglinge, ey. Komm, bleib stehen. Das der mal Kilometer weit weg schwimmen muss, das ist auch ätzend. Ich muss jetzt nämlich gleich wieder Luft holen. Hallo, bleib doch jetzt mal stehen. Sag mal, willst du mich verarschen? Das kann man nicht angehen. Stirb doch jetzt. In das Luft holen. Wo ist er? Da. Ich hoffe, das ist der. Den ich ihm eine Vorarbeit geleistet habe. Ich kann nicht scannen. Soll ich ihn messern. Wo ist er? Wo ist die Sau? Schon wieder verloren, ne? Ist doch nicht wahr, ey. Komm her. Komm, bleib doch jetzt stehen. Lass mich verarschen, ey. Kann man die überhaupt killen? So. Mal Luft holen. Und wieder runter. Jetzt muss doch machbar sein, die zu erlegen, oder? Ich sehe schon, jetzt kommt gleich der Große. Na, wie ein Problem. Ich sehe schon, jetzt kommt gleich der Große. Jetzt ist er hin. Drecksack. Ich brauch deine Zähne. Au. Der, jetzt liegt der da. Aber ich kann halt nichts mit dem... ...Pirsche. Ja, schön. Und die Zähne? Die hab ich nicht. Ich kann mir hier das Zeug fressen, dann hab ich das wieder weg wenigstens. Also ich hab mir jetzt hier zerlegt, oder erlegt, besser gesagt. Aber ich hab keine Zähne von dem. Was ist das hier? Okay. Ja, dann weiß ich auch nicht. Wo krieg ich denn dann diese blöden Zähne her? Ja, super. Wo krieg ich denn dann diese dämlichen Zähne her? Das kann doch nicht angehen, ey. Ich weiß echt nicht, wo ich die herbekomme. Das kann doch nicht angehen, ey. Also wenn ich sie so nicht bekomme, dann kann ich's mir nur erklären, dass sie halt irgendwo rumliegen. Dass sie die vielleicht gelegentlich verlieren. Und ich könnte sie dann rein theoretisch einsammeln. Was war Quarz, ne? Ähm, ich könnte sie dann einsammeln. Aber das ist ja halt auch, ey, wie sechs richtig im Lotto da ein Ding zu finden, ey. Die können ja überall liegen. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Ja, ich bin ein bisschen krass. Ich bin ein dicker Typ. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt gerade. Jetzt bin ich ein wenig überfragt. So, ich nehme jetzt mal gerade das. So ein Dreck, ey. Ich komme nicht drauf. So, hier habe ich meinen großen Raum. Lebensform, Zuchtbehälter, da fehlen mir sogar noch Sachen. Verdammt, ich dachte, ich kann die jetzt bauen, dass ich diese Kreatur vielleicht mal machen kann. Vielleicht habe ich davon irgendwas, aber... Nee. Schatz, okay. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Batterieladstation fehlt mir auch noch. Jetzt fehlt mir so vieles noch. Es fehlt mir noch so vieles. Habe ich die noch nicht geschehent? Ganz oft. Okay. Schaufel ich mir halt alles rein. Dinger sind voll. Ach, die vergammeln relativ schnell, ne? Ja, die laufen recht schnell ab. Die laufen recht schnell ab. Guck mal, die hat hier auch noch Zeugs. Wasser brauche ich noch mal. Ja. Noch mal ein bisschen für Wasser sorgen. Und dann, äh, ja, keine Ahnung. Da muss ich mich mal schlau machen, wo ich diese Pirscher-Zähne herkriege. Zur Not google ich das. Ich habe jetzt keinen Bock hier, äh, 25.000 Jahre zu suchen. Beziehungsweise das nächste Mal nehme ich wieder im Stream. Oh, vielleicht weiß das ja auch jemand, der dann zuschaut. Ich verstehe es nicht, ey. Hier liegt halt nix rum. Wenn ich die... Wenn ich die angreife, verlieren die aber auch nix. Hier liegen überall nur diese komischen Kreaturen-Eier rum. Ich komme nicht drauf. Ich wüsste nicht, wo ich die jetzt noch finden kann. Die so komischen Blasenfische sind die auch gerade nicht, ne? Hier in meiner Falle noch was. Das ist so nix rum. Das machen wir nicht. Ah, du, 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 du. Naja, da mache ich jetzt noch was zu trinken und dann mache ich hier Schluss. und dann nehme ich überlegen ja morgen am montag das finde ich dann das finde ich dann einfach Satisfactory mal gucken vielleicht weiß ja jemand wie ich hier weiterkomme so erstmal stelle ich mal was zu trinken her damit ich es nicht wieder vergesse und dann gehe ich noch mal ein bisschen auf die Suche und ich muss ja auch noch dann diesen Behälter freischalten dass ich die Kreatureneier ausbrüten kann genauso wie ich wie heißt es was soll ich vergessen soll ich vergessen was ich sagen wollte ja kann ich Glas herstellen kann ich Titan herstellen genau die Batterie und die Energiezellen Ladestation das wäre natürlich nicht schlecht wenn ich die auch hätte das wäre nicht verkehrt so schmeißen wir da alles rein wunderbar gut dann ja sollst du es erstmal gewesen sein für heute vielen vielen Dank fürs Zuschauen und ja wie gesagt am Montag das streame ich dann gut gut bis dahin ciao 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 ich